Herzlich willkommen zur Kurseinheit Pflegegradmanagement für Heimleiter. In dieser Kurseinheit geht es unter anderem um die Frage, was ist Pflegegradmanagement überhaupt und warum ist Pflegegradmanagement so wichtig für die Einrichtung. Bevor wir aber ins eigentliche Thema richtig einsteigen können, geht es zunächst mal natürlich um den Kern der ganzen Änderungen im Laufe des letzten Jahres, nämlich um den Begriff der Pflegebedürftigkeit und der sagt, das bedeutet aber für die Einrichtung, dass diese Absenkung der Pflegegrade Auswirkungen auf den Stand des Personals haben wird. Denn nach wie vor sind in fast allen Bundesländern die Personalschlüssel an die Pflegegrade gekoppelt. Das ist insofern besonders problematisch, als dass die Einstufung in die Pflegegrade eben nicht mehr an die Zeit gekoppelt ist. Trotzdem bestimmt sich, dass Pflegegradmanagement greift natürlich direkt am ersten Schritt des Verfahrens ein. Das heißt, wir müssen verschiedene Vorgehensweisen auch in der Einrichtung einüben, um die Ermittlung der Einzelpunkte je Modul. Mindestens einmal jährlich sollten entsprechende Schulungen für alle Mitarbeiter nochmal angeboten werden oder in einer kürzeren Frequenz, alle drei bis sechs Monate, dann würde es auch ausreichen. Das meint man mit partieller Beaufsichtigung und Kontrolle. Das heißt, der Pflegebedürftige in diesem Falle ist beim Ankleiden Unterkörper eben nicht selbstständig, sondern überwiegend selbstständig. Das heißt, er bekommt einen Punkt. Manchmal wird mir dann in der Einrichtung gesagt, Herr Tschulko, was regen Sie sich so über einen Punkt auf. Ich kann das auch anders ausdrücken. Dieser Herr bekommt ein Drittel der möglichen Höchstpunktzahl beim Ankleiden Unterkörper. Das ist ausdrücklich nicht erforderlich, auch nicht im Zusammenhang mit einem Pflegegradmanagement. SIS, also die strukturierte Informationssammlung, ist mit dem neuen System der Einstufung kompatibel, ohne dass man irgendwelche zusätzlichen Blätter oder Bereiche in der Dokumentation benötigt. Das erste Mal durch die Einrichtung eingestuft, um festzustellen, ob der Pflegegrad, mit dem er eingezogen ist, auch tatsächlich der richtige ist. Da endet das Pflegegradmanagement dann natürlich nicht. Wenn tatsächlich zum Beispiel geschieht das tatsächlich nur von einem Monat zum anderen, spielt das erst mal noch gar keine Rolle. Wenn aber bei mehreren Überprüfungszeiträumen, und ich empfehle, monatlich die PKZ zu ermitteln, geschieht das jetzt mehrere Monate in Folge, dann können wir einen Trend erkennen, und zwar ... 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